So, da bin ich wieder, meine lieben Freunde, das war gerade eventuell mein neuer Arbeitgeber, der mich da angerufen hat. Deswegen musste ich da mal rangehen. Tada! Ich weiß, es ist sehr unnormal, einfach so ranzugehen. Ja, so was macht man nicht. Was ist denn das hier? Diese Rosenblätter werden grundsätzlich erstmal ignoriert. Ja klar, diese Rosenblätter sind irgendwie so angerichtet, als wenn das in der Linie sein sollte. Soll ich ja auch? Ja, ich habe jetzt alle abgebaut, keine Ahnung. Toll. Oh, hey, ich bringe mich ins Ziel. Ich reise sie alle weg. Ja, ich fand sie jetzt gerade cool, aber ich habe das spät mitbekommen. Dass das irgendwie so eine Art Linie oder sowas darstellt. Ich meine, ich könnte es ja verstehen, wenn ich von dem Platz zum Platz hüpfen könnte, aber das... Dazu sind die, glaube ich, zweit auseinander auch. Hm, keine Ahnung. Jetzt habe ich... Ah, Rosenblatt! Okay, das ist weg. Äh, hier sind so viele... Warne, glaube ich, im Spiel noch gar nicht. Oh, wow. Was sind da viele? Quest, aber ich glaube, wir waren in Kapak, waren wir im Spiel noch gar nicht gern. Nee, nee, in Kapak wollte man hin. Du musst nur die Quests mit denen in dieser Schluchter drin machen, alle. Bis du Level 21 bist. Ja. Ich habe mich hier gerade schon gewundert, die... die Monster hier, die geben übelstes Level, gell. Über 100, 140 oder so, sag ich, pro Kill bekommen, gell. Ich dachte, äh, war da vorher nicht so... So, okay. So, ihr seht das schon, ich versuche hier so ein bisschen, so einen Weg zu machen, auf dem man dann, wenn man von den Zombies an erklärt wird, äh, schnell wieder aufs Land kommen kann. Das mache ich jetzt auf zwei Seiten. Natürlich so ein bisschen Jump'n'Run-Skills gefragt, die ich nicht besitze, aber besser als nichts, würde ich sagen. Hopp, 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 wow. Hopp, 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 so. Super, super. 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 Okay, gut. Dann gehen wir jetzt wirklich noch mal ein bisschen nasser, wir haben einen Fisch geangert... Ach nee, wer am Leder geangert. Wir haben ja nicht mal einem Fisch geangert. Ich wollte gerade sagen, du hast ja nicht mal einen Fisch. Hier fangen... Los. Gib mir. Ähh. Oh, die Shader sind einfach so geil. Na los, komm. Die Fische brauchen die aber auch übelst lange, bis die anbeißen, habe ich so das Gefühl. Juhu, ich habe einen giftigen Kugelfisch gefangen. Tada. Ich bin begeistert. Und du, lieber Wolke? Ich wäre noch begeisterter, wenn ich genau wüsste, was ich hier für Quest machen soll. Na, die Quest in dem Hof, in dem wir unten waren. Na, hier in diesem C-Box-Turm oder wie das heißt, ne? Ne, ja, daneben ist noch so ein kleines Dorf und da diese ganzen Quest sollst du alle erfüllen. Ja, die habe ich auch angenommen, nur weiß ich nicht genau, wo ich die erfüllen soll. Also hier ist im C-Box-Turm irgendwo ein gelber Punkt, da laufe ich hin, aber da ist nichts. Ja, da musst du mit dem Drachenkostüm hinlaufen. Ja, du musst mich ja nur fragen, ne? Dann laufen wir es wieder zurück in das Dorf. In den Wachen. Ich würde es eigentlich sagen, wieder richtig nachts. Ich hoffe einfach mal, das ist kein Zombie irgendwie spawnt hier. Na komm. Okay, es spawnt nichts. Aber irgendwie auch die Fische nicht. Komm, gib dich mir hin. Beiß an. Ich fühle mich ziemlich verarscht. Ich fühle mich gerade ziemlich cool so. Du fühlst dich ziemlich cool. Achso. Ja, was soll ich jetzt machen, ne? Scham, dass ich damit nicht... Tja, gute Frage, ne? Wir könnten eventuell versuchen, da unten mal die Pilze anzubauen. Scheiße. Oh, Entschuldigung. Mann. So was Dummes. Um euch das zu erklären, liebe Zuschauer. Ich dachte gerade, näher, vielleicht kann man ja in dem Drachenkostüm auch angreifen. Ähm, er hat, dir wurde aber am Anfang, dir wurde aber am Anfang, dir wurde aber am Anfang erklärt, dass du damit nichts angreifen darfst. Hab ich den Text gelesen? Hoffmann? Nein. Ja, auf jeden Fall stehe ich gerade inmitten so einer Wachlensache da und drücke Angriff. Aber immer geht dieses blöde Kostüm weg. Ich dachte, nein. Kann doch nicht sein. Aber gut, naja. Wir farmen uns mal ein bisschen Sand, meine lieben Freunde. Wir farmen jetzt mal ein bisschen Sand. Rennen kann ich auch nicht. Toll. Oh, Baum ist fertig, endlich. Nein. Boah. Endlich ist der Baum fertig. Oh, Baum ist fertig. Lass mich in Ruhe. Baum fertig. Allerweil, gestern war es ja mega heiß, ne? Also die letzten paar Tage war es ja mega heiß. Jetzt hat es die Nacht geregnet, jetzt sind es zwei Grad weniger und dafür ist es schwül. Er ist auch nicht besser. Ja, ich sitze hier auch. Und schwitze mir übelst einen ab. Du schwitzt dir einen ab. Klingt hygienisch. Klingt sehr hygienisch und wertvoll und sowas. So. Axt habe ich mir gecraftet, jetzt geht es hier runter, jetzt können wir endlich den Stein abbasteln. Ist das ein Grafik-Bug da unten oder was ist das? Ach nee, lol. Ich habe da unten den Dings weggebastelt, jetzt ist der unten höchstwahrscheinlich. Ha ha, ha ha. Kleinen Moment, das müssen wir mal ändern. So. So, dann können wir jetzt hier auch ordentlich Steine aber ernten. Holen und machen uns dann ein paar Steinwaffen. Ein Ofen wäre nicht schlecht. Also warte mal. Wir brauchen eine Steinachse, das sind drei. Ein Stein Dings, das sind nochmal drei. Dann brauchen wir eine Schaufel, das sind sieben. Dann brauchen wir ein Schwert, sind wir bei neun. Dann brauchen wir ein Ofen, sind wir bei siebzehn. Ja, siebzehn Steine brauche ich mal jetzt. Erst einmal. Oh, die ist die Geschwindigkeit. Multi-Maxi-Speed. Weil das schön ist, dass die Hälfte der Sterne wirklich der Lava verloren geht, das war. Muss ich jetzt mit dem Drachenkostüm wieder zurücklaufen, dann kann ich mich hier im Schloss wieder zurück verwandeln. Ja, ich würde an seiner Stelle lieber zurücklaufen, riskiere lieber nichts. Du hast zum Beispiel nur eine bestimmte Zeitspanne, ich würde mich beeilen. Naja, zwei Minuten. Was ist das denn da über mir, ey? Ist das ein Raumschiff? So, liebe Freunde, dann geht's mal los hier. Jetzt haben wir uns nämlich hier eine steile Hacke. Eine steile Hacke, können wir uns hier machen? Können wir uns hier ein steiltes Schwert machen, dann können wir uns hier eine Axt machen. Dann können wir uns eine Schaufel machen. Und dann können wir uns... Was wollte ich noch machen? Ach, ich wollte noch einen Ofen basteln. Richtig. Tada! So, den Ofen bestellen wir jetzt einfach mal hierher. Momentan können wir da leider noch nichts drin machen. Ähm... Talaa! Auf nach unten! Huiiii! So, vielleicht schon notierten Drachen. wir sammeln jetzt einfach mal hier den sand auf wir sind schon willkommen da mega viel sand wenn wir hier jetzt habe ich da wasser abgesprengt das weiß ich so gut ich muss wieder nach oben das war jetzt nicht so intelligent macht aber nichts ouch das war ebenfalls nicht intelligent was macht aber was so ok hauptsache wir fallen jetzt hier nicht runter das ist so meine größte befürchtung momentan so auch da wieder sein jetzt mal hier die ganze riege ich frage gar nicht warum jetzt schon wieder wie kann denn da jetzt schon wieder wasser runter kommen ich habe doch gerade alles nach der hinterraum bestimmt auch noch sand ich hoffe dass wir jetzt runter segeln jetzt ich habe einen überblick verloren wo ich ab so jetzt sehe ich hier noch und da noch und da noch und da noch und da noch oh warte mal da kommt doch gleich laber runter oder hoch 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 und da muss ich gleich laber runter so was steht noch an hier und da kann ich laber gerade irgendwie einsammeln läge ja da kam laber runter gut so war das natürlich nicht geplant aber jetzt haben wir hier zumindest ein bisschen stein das gemaltes abernten warum nicht jetzt kommt da wieder lama runter äh wasser runter haarsch mich nicht ich komme mega verarscht vorher momentan wir müssen jetzt ja gucken was das ist jetzt hier oh mein gott jetzt ist er hier mal irgendwie toll jetzt hat mein drache hier in den boss angelockt ok ich habe gar nicht mal mehr so viel leben ok jetzt haben wir das glaube ich mit der lava geklärt endlich hoffe ich so 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 so